Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal geht es um meine Sailor Moon Level. Ich habe zwar ein paar schon die Zeit, aber die ganzen nicht. Ich fange mal... Wie lange ist es? Kommt es los, habe ich gesagt. Kommt es los. So, wir fangen mal mit dem an. Bisher habt ihr das eh schon gesehen in einem Video, aber ich mache es einfach dazu nochmal. Was ihr auch nicht gesehen habt an euch. Mit den letzten Sailor Krägerinnen oben. Dann haben wir hier von Sailor Mirko eines. Und von Sailor Venus. Und jetzt ist das Beste mit meiner Ruta Tenno. Falls ihr es alles sehen könnt. Sie müssen wahrscheinlich ein bisschen zu hoch geraten. Genau, Ruta Tenno. Das ziehe ich sehr gerne an. Diese Sachen. Und ähm... Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, was ich euch gezeigt habe. Gebt meinen Tammel hoch. Und wenn nicht, ist es auch egal. Gut. Ja. Ich mache heute noch ein bisschen weiter mit meinen Sailor Moon Sammlungen. Ich weiß nicht wie viel Zeit ich noch habe. Aber das wird sich hoffentlich schon ausgehen. Bis dann. Eure Banin Toruka. Tschüss. Tschüss. Tschüss.